Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder Nils Gaiovi. Man kann die steigenden Energie- und Gaspreise verschieden wahrnehmen. Man kann drüber meckern oder man kann sie nutzen, um damit Geld zu verdienen. Und dabei rede ich nicht nur über die Gewinne, die sich aktuell mit so bekannten Aktien wie Chevron, Exxon, Kindermorgen oder Valero erzielen lassen. Im Mai diesen Jahres wurde ich auf ein kleines, aber feines Reederei-Unternehmen aufmerksam, hinter dem ein alter Bekannter steckt. Die Flex LNG Limited mit Sitz in Hamilton auf den Bermudas befindet sich zum größten Teil unter der Kontrolle des norwegischen Milliardärs Jon Friedrichsen. Flex LNG ist eigener und Betreiber von Schiffen für den Transport von verflüssigtem Erdgas, abgekürzt LNG, Liquified Natural Gas. Das Unternehmen hat norwegische Wurzeln und wurde schon im Jahre 2006 im September gegründet, damals nach den Gesetzen der British Virgin Islands. 2009 fand der IPO an der Börse Access in Oslo statt. Im Juni 2017 verlegte das Unternehmen seinen Firmensitz auf die Bermudas. Das Listing wurde an die Oslo Stock Exchange verlegt und seit Juni 2019 werden die Firmenaktien auch an der New Yorker Börse gelistet und gehandelt. Trotz der aktuell kurzen Börsenhistorie in New York selbst verfügt das Unternehmen also über eine mehr als 15-jährige Geschichte. Allerdings würde es durch jeden Screener, durch jedes Raster fallen, wenn man nach den üblichen Kriterien suchen würde. Flex LNG verfügt über eine Flotte von nur 13 LNG-Tankern, die aber auf ihre Art unikal sind. Sie haben eine Kapazität von 173 bis 174.000 Tonnen pro Schiff, sind damit deutlich größer als die üblichen LNG-Tanker. Vier Schiffe sind die ältesten, die wurden 2018 gebaut, zwei 2019, vier 2020 und drei weitere 2021. Es ist also die modernste und meines Wissens nach auch die umweltfreundlichste Flotte der Welt, wenn es um die Antriebe der Schiffe geht. Alle Schiffe sind voll verchartert und erst zum dritten Quartal 2024 läuft ein erster Charter-Vertrag aus, der allerdings auch Optionen auf Verlängerung hat. Nun, da wir aktuell eine überbordende Nachfrage nach LNG-Tankern sehen, aber nur noch wenige gebaut werden, weil nämlich die Finanzierung aktuell immer kostspieliger wird, dürften Anschluss-Leasing-Verträge für F-Flex-LNG kein Problem sein. LNG erlaubt sich eine Dividende von 3 Dollar pro Jahr und Aktie, die aus dem operativen Cashflow bezahlt werden. Die Dividendenrendite liegt damit jenseits von 9% und eigentlich ist so eine hohe Dividende ja ein Warnsignal. Allerdings ist der Cashflow, wie eben bereits erwähnt, ja langfristig vertraglich abgesichert. Trotzdem gibt es natürlich Risiken. Die Schifffahrt ist eben ein zyklischer Bereich. Erstens liegt ein Risiko darin, dass natürlich alle Schiffe vertraglich verchartert sind. Das bringt einerseits Stabilität, aber der Preis dieser Stabilität ist, dass man von den kurzfristigen Preisausschlägen am Spot-Charter-Markt eben nicht profitieren kann. Man hat hier sozusagen Sicherheit der Profitmaximierung geopfert. Ein zweites Risiko, strenge Umweltauflagen, die könnten natürlich den LNG-Transport weiter verteuern. Havarien können zu katastrophalen Folgen für Umwelt und die Firma selbst führen. Drittens hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Verschuldung, nämlich zum 31.12.2021 1,63 Milliarden Dollar an langfristigen Verbindlichkeiten. Und für diese Verbindlichkeiten dienen die Schiffe als Sicherheit für die Kreditlinien. Aktuell arbeitet die Firma natürlich an der Optimierung der einzelnen Schiffsfinanzierungen. Dafür wurde im November 2021 ein Optimierungsprogramm für die Bilanz aufgelegt und bis Ende Juni 2022 konnte man bereits mehr als 137 Millionen Dollar an Finanzierungskosten für die ersten sechs Schiffe einsparen. Für die nächsten sieben Schiffe ist der zweite Teil des Programms geplant. Da werden noch einmal weitere 100 Millionen Dollar an Cash freigesetzt. Ein viertes Risiko ist das Konzentrationsrisiko. Zum 31.12.2021 gab es insgesamt 15 Kunden des Unternehmens und die größten vier waren verantwortlich für 20,8, 16,6, 15,3 und 13,4 Prozent der Umsatzerlöse des Unternehmens. Insgesamt machen also die großen vier zwei Drittel aller Einnahmen aus. Kein weiterer Kunde ist dann für mehr als 10 Prozent des Umsatzes verantwortlich. Ein fünftes nicht zu vernachlässigendes Risiko ist das Gesellschafterrisiko. Zum 15. März 2022 hielt Giveren eine auf Zypern basierte Firma, die 46,4 Prozent der umlaufenden Aktien hält und die von John Friedrichsen, eben dem Milliardär und Räder mit Wurzeln in Norwegen über zwei Trusts zum Wohle seiner Familie gehalten werden. Diese Familieninteressen könnten in Zukunft mit den Interessen der restlichen Aktionäre kollidieren, zumal Friedrichsen indirekt eben auch an Wettbewerbern von FLNG beteiligt ist, etwa an der Frontline Limited oder an SFL. Ein sechstes Risiko, da die großen institutionellen Anleger zum großen Teil bei FLNG nicht investieren können, die Firma ist sehr klein, ist die Aktie eben nichts für schwache Nerven. Der Kurs kann täglich um zweistellige Prozentbeträge schwanken und das muss man aushalten können. Es gibt eben nur 54 Millionen Aktien, davon hat Fredricksen knapp 25 Millionen, weitere 970.000 Aktien hält die Firma selbst. Der Free Float liegt also bei weniger als 29 Millionen Stücken und das kann schon mal zu heftigen Kursschwankungen führen. Die Frage ist natürlich, entschädigen die Risiken jetzt die Wachstumsaussichten für die Risiken, die man hier eingeht. Das muss wie immer jeder selbst entscheiden. Ich habe die ersten zwei Tranchen im Mai und im Juni gekauft und ich bin der Meinung, dass die Chancen die Risiken deutlich überwiegen. China als größter Flüssiggasimporteur wird in Zukunft eine deutlich höhere Nachfrage produzieren. Aktuell ist die ja durch die Lockdowns in China noch gedämpft. Die Nachfrage in Europa wird explodieren. Deutschland beispielsweise importiert noch gar kein LNG, arbeitet aber daran, bis zu vier Flüssiggasterminals für die Verladung von solchen Gas zu bauen. LNG wird inzwischen auch auf See gebunkert für schlechte Zeiten, wobei eben die Tanker dann als Lagerstätten benutzt werden. Bis 2030 geht man davon aus, dass Flüssiggas zum wichtigsten Energieträger für die Energieerzeugung aus fossiler Energie als sogenannte Brückentechnologie werden wird. Alles in allem wird für das Unternehmen ein Wachstum beim Cashflow von knapp sechs Prozent erwartet. Das scheint erst mal sehr konservativ geschätzt. Es ergibt aber für die Aktie ein Renditepotenzial von über 27 Prozent per annum bis Ende 2024. Ich empfehle auf jeden Fall eine eigene Analyse der Firma zu machen, die Firma genau unter die Lupe zu nehmen. Die Kommunikation ist in dem Unternehmen sehr aktionärsfreundlich. Es gibt sogar von FlexLNG einen eigenen YouTube-Kanal. Mein Fazit, ich kann zwar an den Energiepreisen nichts ändern, aber wenigstens kann ich damit ordentlich Dividende machen. Also passt schön auf euer Geld auf und viel Spaß und Erfolg wünscht euch. Euer Nils Gaiowi.